Hallo zusammen, da sind wir wieder. Hallo. Ja, hallo. Wir haben uns jetzt einmal vorgenommen zu gewinnen. Ja. Wir müssen das einfach mal wieder wissen, dass wir gewinnen, glaube ich. Ja, wir tappen schon lange zu lange im Obst. Ja, wir haben lange nicht geglaubt. Zu lange nicht geglaubt. So, was hole ich mir denn jetzt? Irgendwas mit Dorans. Dorans Klinge? Ja. Ne, Dorans Ring. Okay. Also steht es zumindest hier. Ich kaufe diesmal nach dem Guide, ich will das halt auch hier unseren Zuschauern sagen, dass ich diesmal nach dem Guide kaufe von Mova Fire und mal gucken, ob das dann besser ist. Wahrscheinlich. Die werden jetzt blau. Okay. Das heißt, wir gehen zu deren Blue und wollen den Stil. Wir gehen da alle hin? Ne, wir machen das zu dritt. Okay, alles klar. Das geht schon, weil bei euch ist, glaube ich, der Weg dann zu weit. Aber ihr könnt aber auch, weil das Ding ist, wenn jetzt fünf da stehen, dann haben wir halt schlechte Karten. Ja. Aber fast. Jawohl. Das ist doch nice. Zumindest hätten wir jetzt schon mal einen. Ja. Gehört das zur Etikette hier bei Good Job zu sagen, ja, ne? Ja, das, naja, das ist halt so, um die Moral zu stärken, weißt du? Ja. Du stärkst halt dadurch die Moral und sagst, Ja, hast du voll geil gemacht. Oh, gut, Mann. So das, was Chefs immer nicht machen, ne? Loben. Genau, genau, das ist das. Das kenne ich auch, ey. Das war so geil in der Agentur, wo ich mal war, ne? Ich habe da ja insgesamt acht Jahre, glaube ich, gearbeitet. Und nach fünf Jahren habe ich einmal eine halbe Stunde verschlafen, weil Stromausfall war und mein Wecker nicht ging dann, ne? Okay. Und ab dem Tag durfte ich dann nicht mehr die Mittagspause durcharbeiten, sondern musste die nehmen. Also war auf einmal mein Arbeitstag anstatt von neun bis siebzehn, von neun bis achtzehn Uhr. Nur weil ich einmal zu spät gekommen bin. Das ist halt scheiße. Dann hatte ich natürlich eine sehr gute Einstellung auch danach. Ja, das verstehe ich. Das ist halt voll. Ja, halt super behindert. Also ich meine, das ist halt wirklich, worauf Chefs Kernwert legen oder jenes Büro halt Kernwert legen einfach auf die Moral der Leute, weißt du? Das ist jedem so egal. Ja. Und das ist genauso wie bei den Kühen. Eine glückliche Kuh gibt einfach mehr Milch und bessere Milch. So blöd jetzt klingt. Ja, ja gut. Wahrscheinlich mehr, wahrscheinlich nicht, aber bessere. Ich habe gehört. Also ich meine, die geben normalerweise nicht so viel. Eine Kuh? Ja. Also ich glaube, die Gezüchteten, die geben schon mehr. Okay. Also ich finde generell, aber es ist halt bewiesen, dass wenn es dir gut geht, du produktiver und besser alle. Ja, klar. Und Chefs scheißen halt so drauf. Ja, das finde ich dumm so. Aber die scheißen halt drauf, weil es eh genug Leute gibt, die nachrücken. Das ist aber lieb. Also es ist wirklich, es ist schlimm, wie es sich entwickelt und traurig. Ja, finde ich auch. Oh, schade. Ich habe gar nicht, ich treffe hier noch. Ich bleib mal hier stehen so ein bisschen. Ja, chill mal. Was kann denn hier, gegen den ich hier spiele, hier oben so? Shen? Ja. Ist ein Tank. Also ist auch sowas wie du. Also auch sehr passiv und hält halt aber super viel aus. Oh, schade, ey. Und ich sollte nicht so viele Minions töten, ne? Nee, du solltest den Jehalle lassen, aber das dauert wahrscheinlich kein Problem damit. Nö, glaube ich auch. Weil da sehe ich auch ein, weil der Jeh, der muss hier richtig Damage raus. Weil ich den auch mag, sehe ich das ein. Nein, aber ich weiß ja, wie ätzend das ist, wenn du als Jeh keinen Farm kriegst. Dann bist du einfach permanent super squishy so. Ja, den hat er auch nochmal abgekriegt. Here into the darkness. Pass auf, die haben Fiddlesticks. Das ist diese Vogelscheuche, wie du weißt. Und der ist der Jungler bei denen, oder? Der ist der Jungler und wenn der sein Ulti reinhaut, dann könnte er aber ganz schnell laufen. Also dann... Ach, das ist dieses Live-Leach-Teil, ne? Nee, das ist eine normale Attacke. Was er macht, ist dann das in so... Wenn du da drin schießt, kriegst du mal super viel Damage. Ja. Und ich weiß nicht, ich glaube, du bist verwirrt oder irgendwie so. Ich weiß nicht genau. Aber das Ding ist halt, das macht halt viel Schaden und da solltest du halt schauen, dass du schnell rauskommst. Deswegen kaufe ein Ward, weißt du eh. Okay. Das ist deine Aufgabe. Ah, alles klar. Okay. Wenn du die Lane checkst. Ja, weil ich kaufe ja nie Wards, ne? Ja. Und weißt du noch, wo du sie platzierst? Ja, wahrscheinlich entweder hier unten in der Mitte, in dem Busch, ne? Genau, ja. Wenn der Lee gerade hingeht da irgendwo oder so kurz davor, damit man auch von draußen das noch sieht alles, ne? Du siehst ja auch, wenn du sie im Busch stellst, außen was abgeht auch. Weißt du, Mann? Ja. Nein, nein, ich weiß, was er meint. Ich hab nur gerade geguckt, weil der Lee, der kommt jetzt kurz mit. Oh, oh, scheiße. Jetzt gangen die mich hier. Genau. Also jetzt ist es Dings. Deswegen Wards, genau ist der Grund. Aber du warst da noch nicht zurück, also ich mach gar nicht. Boah. Oh, 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 oh. Äh. Jetzt bin ich mal schnell. Ich hab mich gerade mit dem Anker gerettet noch, ey. Ja, genau. Das ist gut, das ist gut. Dafür ist der Lee jetzt tot. Ja. Gibt dir wahrscheinlich die Schuld. Ah, nee, okay. Gut, like. Hast du Glück gehabt? Oh. Achso, kam der noch oben rein, ne? Deshalb hat der andere so viel, äh, so viel Schaden, ne? Was meinst du? Der, hier, der, wie hieß er? Gegen den Spiel? Fiddlesticks? Nee, der andere. Shen. Genau, der Shen. Ja, der hat ziemlich viel Schaden. Der ist eigentlich, hat nicht mehr viel. Naja, der hält halt viel aus. Achso, achso, ey, achso, ja. Okay, okay, das meinst du. Nee, aber er hat viel Schaden. Also ich dachte, Ja, der hat viel Schaden gekriegt schon. So mein ich das. Okay, ja, gut. Ja. Sogar ich kauf mir halt ein Ward, weil mir das ein bisschen zu risky ist, gegen Fiddlesticks, ne? Ja. Haut der dann so viel Schaden raus aus? Ja, das Ding ist ja, er kann dich halt verwirren, äh, dann bist du gestunnt halt, dann rennst du halt so im Kreis, ja. Und dann kannst du es machen. Dann bist du eigentlich ziemlich schnell tot. Also ich zumindest, ne? Und sein Ulti, da, da portet er sich ja rein, weißt du? Also mit sein Ulti, da kann er so ein paar Meter, Ist er auf einmal mitten im Kampfgeschehen drin. Also du siehst gar nicht, wenn er, wenn er, du siehst ihn gar nicht vorher. Jeder Champion normalerweise rennt rein, aber er ist halt einfach auf einmal da. Okay. Ah. Also komm, den Shen, den will ich aber heute noch hier, also. Der Yi kommt runter. War das da unten los? Ne, das ist wahrscheinlich für die. Achso, okay. Ah, ich stelle mich mal schön hier hinten hinter so. Okay, jetzt kommt der, hm, do is it fate? Ne. Ja, mal gucken, vielleicht erwischt der Yi ja noch einen hier von hinten. Oh, schade. Oh, er ist 2-1, ey. Krass eigentlich, ne? Ja. Meinst du, das wird wieder so epic, wie das Aram letztens? Uh, ah, ah, achso, ja, äh, das war epic, aber, ähm, das war verloren. Ja, aber, trotzdem, das war schon cool. Das war cool, ja. Oh, Master Yi hat hier wieder, der hat anscheinend dauernd Lacks, so. Wieso? Ja, du musst mal so auf sein Movement achten. Okay. Na, weil, was ich so gesehen habe, ist eigentlich nicht so schlecht, weil der hat mir gut geholfen, ne? Ja. Jetzt bist du alleine da oben? Ja. Okay. Ist der Yi jetzt so ein Jungler top? Ja, irgendwie sowas. Okay. Interessant. Ja, der will wahrscheinlich zwischendurch einfach mal ihn absahnen. Ja, kann sein. Ich meine, das war auch gut von ihm, ne? Ja. Weil ich habe ja durch ihn 2 Kills gekriegt, John. Ah, jetzt haben wir schön viele Minions an dem Turm dran, hier. Ja, jetzt könntest du ja dann, das ist so ein passender Moment, um den Turm zu plätten. Hast du einen Ward gelegt? Ne, ich bin, weil ich war noch nicht zurück und habe noch keinen gekauft. Achso, dann hast du eh viel Gold, oder? Ja, 900 knapp. Okay. Ah, schade. What? Ah, scheiße. Ach, ich will ihn mal nicht den Farm klauen. Ja, ich habe jetzt halt mit draufgehauen, jedes Mal zufällig dann so, weißt du? Ah, kann passieren. Ja, deren Tower ist schon auf 80 Prozent, würde ich mal sagen. Okay. Das ist schon mal nicht schlecht. Oh. Oh, schade. That Damage? Was für ein That Damage? Bot. Achso. Caitlin und... Ja. Oh, scheiße. Fiddlesticks ist hier. Ja, war jetzt klar. Und dann, der Fiddlesticks kann auch silencen, ne? Kann das sein? Ja, kann er. Okay. Mit seiner Krähe, die er schießt. Ja. So, das wollte ich mir holen. Und... Wo ist er denn? Wo ist der Stein? Den wollte ich mir holen. Geht dein Bildschirm jetzt eigentlich, weil du hattest ja so Probleme irgendwann mal. Ja, ja, nee, geht jetzt alles. Alles Tage, ja. Wann mal, Ward wollte ich kaufen, ne? Okay. Ich hab mal ein Ward gekauft. Krass, ey. Ich glaub, ich hab das erste Mal ein Ward gekauft. Wirklich? Ja. Das soll man feiern. Sollte als Thumbnail einen Ward machen. Lol. Das wär ungeil, oder? Finde ich die cool. Die Schlagzeile des Tages, so. An 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 Ward. Sheep kauft Ward. Ja. So ein Bild-Zeitungsartikel am besten. Ja, RTL macht sicher einen Bericht drüber. Ja, ich glaub auch, ne? Vom Informationsgehalt. Lol. Ist ja auch extrem wichtig, so, für die deutsche Bevölkerung. Auf jeden Fall. Unglaublich. Ja. Ist das. Aber ich fand RTL gar nicht so schlimm damals. Mir ist es zumindest nicht aufgefallen. Mit der Gamescom, der Bericht? Ja, nee, davor halt. Der war heftig. Ja, ich glaub, damit brach auch das Zeitalter, das, wo alle dann gesagt haben, RTL ist kacke. Ich glaub, damit hat das halt richtig angefangen auch. Also davor war halt noch kein so ein Shitstorm über RTL. Ja, nee, das stimmt. Also das war halt, glaub ich, wirklich so der Start. Und dann haben sie sich selber zuzuschreiben auch, muss man sagen. Aber da haben sie sich ja dann entschuldigt. Hast du das gehört? Ja, ja. Aber bitterböse, bitter, sie haben es sehr bereut. Also sie haben gesagt, wir entschuldigen uns dafür. Das war's. Ja, aber müssen sie ja sagen, so was. Ja, aber wie? Wir entschuldigen uns. Okay, und hier zum Wetter. Also das war halt sehr schnell. Ach so, okay. Hat ihm das sehr leid getan. Ja, extrem leid hat ihm das getan. My Mama? My Mama? Hä? Vielleicht hat er so viel Schaden bekommen. My Mana. Ach so. Keine Mana mehr. Leute, ich hab My Mama fast gelesen. Ja, das kommt gleich danach. Ja, aber der Bot ist auch scheiße, weil der Trash braucht ne... Der braucht was? So ein Wart kaufen. Also ich hab mal den Wort gesetzt.